jo leute willkommen zurück zu eval stage 2 phase 2 dieses mal als medic und zwar als slimmy und wir spielen gegen einen kranken ältesten den vatavaka ok was auch immer also mindestens eine ziegesserie wird dieses mal gebrochen ich dachte vielleicht könntest du jemanden schmieren dein dad besuchen woher weißt du das was kann ich mir vorstellen so einmal hier lang würde ich sagen gen eventuell wunderbar das der match top oh mein gott das war ein snipe vor dem snipe absoluten respekt respekt an den supporter das problem ist unser assault ist leider und das holt ist leider idiot ja kann man ja sehr schön und gehen wir bitte weg da ich spiele mit mit meinem slim übrigens komplett auf damage und reload speed für die fähigkeit es liegt einfach daran dass unser assault gerade nicht da ist also unser assault ist ein idiot beziehungsweise der ist halt nicht da der ist halt nicht da der ist halt nicht da wow sorry warum warum ist der assault so dämlich wenn du mehr brauchst es gibt immer ein nächstes mal ziel gesichtet ja heilungsfeld ist online ah da drüben hat er irgendwas abgeschossen ja wir gehen mal außen rum wir gehen mal wirklich hier rum und da haben wir ich komme schon schneller nach ok das heilungsfeld ist geladen wo geht er hin versus bla ok 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 sehr schön dieses mal haben wir sogar den assault drin ich bin ja fast dafür den sterben zu lassen ja ja ich mache mich schon nützlich wo ist er wo ist er wo ist er da ist er ja ich hätte ich hätte es eher auf mich wieder zurück ziehen sollen ja die heben mich schon auf das ist nicht das problem also wenn wir es verlieren dann liegt das absolut am assault erstens sieht er so scheiß damage und dass er in der ersten kuppel überhaupt nicht dabei war das ist das letzte blitzmine scharf wir kämpfen hier ne tun wir nicht oh shit ja 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 und davon habe ich noch jede menge da lang leider fokust er halt absolut mich da ist er so hallo 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 hochheilen hochheilen und und what sehr schön sehr schön und das ich hoffe ich sah deadpike flugbonus es trifft sich hier sogar relativ gut natürlich ist unser assault wieder auf umwegen wo auch sonst ok wo ist er ist er ok sehr schön ja ja nix machen einfach warten und ich habe fast gesagt dass der support raus geht der ist nämlich echt gut eigentlich der ist eigentlich recht gut der support dann halt mit nur durch den der sold das zu verlieren es kotzt mich auch gerade so ein bisschen an aber ok das ist sowieso egal weil die kuppel verlieren wir sowieso dadurch dass halt der bot jetzt sofort die kuppel schmeißen wird hallo 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 bist du da bist du nix ja ja ok das war blöd da habe ich zu spät halt reagiert und zurückgezogen ok oh mein gott ewig kein cabot mehr gespielt merke ich gerade ewig kein cabot mehr gespielt merke ich gerade und zack das war es sensor ja 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 es ist vorbei keine chance der hält keine zwei minuten da durch so also das war der schlechteste assault den ich je gesehen habe und das haben die runde das wir die runde verloren haben lag ganz alleine am assault also vollkommen vollkommen daneben ja wie gesagt er hat mich ein bisschen aber naja gut das ist halt das spiel wenn man mit random spielt leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da würde mich auf jeden fall freuen und wir sehen uns das nächste mal wieder bei ewolf stage 2 phase 2 haut rein bis dahin ciao ciao